servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und heute haben wir aufregende news denn heute soll es soweit sein und heute will blizzard verkünden was mit patch 9.2 auf uns wartet wenn ihr da dabei sein wollte merkt euch schon mal 19 beziehungsweise 20 uhr ist es 20 uhr am heutigen abend vor da wird das ganze übertragen und wir haben auch noch einen kleinen kryptischen hinweis von blizzard bekommen wo ihr ja schon mal rätseln könnt ob ihr da irgendwas rauslesen könnt also de facto hat blizzard heute oder los ging es mit diesem eher kryptischen gif was blizzard auf twitter gepostet hatte wir sehen hier nichts das sind das runen symbole whatever hier unten da bewegt sich ein bisserl was und ja das ist das womit blizzard uns heute verwöhnt hat gegen 19 uhr und kurz darauf kam dann die antwort dass wir gar nicht so lange darüber rätseln müssen und dass am nächsten tag 10 uhr amerikanischer zeit bzw blizzard time wo sie sich befinden die auflösung erfolgt bei uns ist das wie gesagt steht auch hier in dem beitrag dann mit drin 20 uhr europäischer zeit also da können wir uns schon mal freuen übertragen wird das ganze auf world of warcraft.com und auf youtube und ich habe mir da mal so ein bisschen angeguckt was die leute schreiben dazu und so weiter es wird was rein gedeutet dadurch dass wir hier dass dieses bild gewählt wurde um den blog post zu promoten da da im hintergrund azeroth zu sehen ist und auch nordend da gab es ja schon mal jetzt irgendwelche spoiler oder angebliche spoiler wonach wir vielleicht nach nordend gehen und einige haben sich auch darüber ausgelassen was das hier alles bedeuten könnte habe da gelesen ein spieler meinte auch dass eine dieser runen wohl auch im bossraum zu finden wäre gegen sylvanas andere hatten vermutet dass das hier oben vielleicht für ceris mortis steht die angebliche zone wo wir mit dem nächsten patch hingehen sollen daraufhin haben aber auch andere eingewiesen würden die runen hier oben für buchstaben stehen müsste ja theoretisch der dritte buchstabe weil es ein r ist bei allen gleich sein und ich hier unterscheiden sich die dinger überall dementsprechend keine ahnung was da dahinter steckt ich bin mal gespannt auf jeden fall die ankündigung bin ich schon mal positiv überrascht da ja jetzt ein in einem oder ian in einem interview sagte dass bald infos zu 9.2 kommen und tatsächlich ist das jetzt was ist das eine woche nach dem interview also da hat er mal wort gehalten und ich bin mir auch ziemlich sicher dass wir in dieser ankündigung erfahren werden ob es ein 9.3 geben wird oder ob wir direkt ins nächste addon übergehen also ich glaube es wird einiges kommen und tatsächlich bin ich mir gar nicht lustig wie war denn das bei den letzten patches 9.1 hat ja blizzard auf der blizzcon online verkündet aber ich sehe es schon mal positiv auch wenn es nur ein tweet ist beziehungsweise zwei tweets aber zumindest haben sie in dem interview gesagt da kommt bald was und haben kurz darauf auch gesagt was da kommt ja also das sehe ich schon mal als kleinen pluspunkt auch wenn es noch nicht viel ist habe dann auch gelesen dass viele wieder negativ gestimmt waren und weiß ich nicht gesagt haben das kann man jetzt blizzard nicht positiv anrechnen aber ich finde in dem fall es ist nur eine kleinigkeit aber wir haben zumindest schon mal wissen wir mehr was sache ist und das würde ich mir jetzt wünschen dass sie diese kommunikation kann man ja so noch nicht nennen ist nur ein tweet aber ich würde mir wünschen dass sie das ausbauen und in zukunft beibehalten und wir noch besser informiert werden wann was jetzt kommt und wie das aussieht aber auch interessant wir bringen jetzt die ankündigung wo ja jetzt bald das final fantasy addon noch rauskommt also bin mal gespannt ob sie da ordentlich liefern mehr wissen wir dann heute abend ich denke da werde ich auch direkt live berichten oder zeitnah berichten was da auf uns zukommt wie gesagt schreibt mal in die kommentare was ihr euch so wünscht was ihr euch vorstellt und damit würde ich sagen bis zum nächsten video wenn euch dieses video gefallen hat und ihr keine weiteren infos in zukunft verpassen wollt lasst gerne ein like und ein abo da bis zum nächsten video reingehauen